Auf geht's, jetzt ist's wieder so weit Auf geht's, weit wird nichts bereut Komm, zeig mir nur a bissl, ich will's a bissl wissen Rock me, halt noch Tanz mal am Muldenschieber, oder was ist der Lieber? Rock me, halt noch Schau mir in die Augen, Kleine, du bist doch ganz auf eine Rock me, halt noch Radium, Radium, ist der Tanzbund kommt Neben mir stehen zwei Schweizer Künstler, aber auch drei aus Deutschland und aus Österreich Und zusammen sind sie... Fox Club! Und als Einstieg in dieses tolle Interview habe ich eine ganz einfache Frage Wie oft habt ihr bis jetzt euren Hit Rock me gesungen? Ihr habt fünf Sekunden Zeit, um euch zu beraten Wie oft? Noch nicht oft genug, 5000 Mal Sehr oft! 2000, ich sag 500 Also von 2000 bis 5000 Mal ist alles dabei, also wir wissen es selbst nicht Das ist total schwierig Ja, das ist wirklich schwierig Das ist wirklich seit sechs Jahren eigentlich fast jeden Tag, manchmal sogar mehrmals Der Flumserberg gehört ja zum Land des Heidilands Und jetzt möchte ich es wissen, als Kindergärtnerin, was ist euer Lieblingsmärchen? Ich glaube, das ist eine Frage für Michi, weil du gerade so viele Märchen vorliest wahrscheinlich, oder? Kennst du eins? Peter und der Wolf fand ich immer schön Peter und der Wolf habe ich immer auf Schallplatte, haben wir das zuhause immer gehört Da kann ich mich richtig gut erinnern Welches kennst du noch? Ja, das ist Heidi Ja, ist das ja Berne Ja, 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 natürlich Heidi Mein Gott! Da kann man jetzt die ganzen Disney-Filme aufzählen Also Schneewittchen bin ich ganz toll König der Löw Smart Dankeschön Ariel, die Währungfrau Wenigstens einer, der sich auskennt Okay Das war ganz toll Ihr seid ja gefühlte 365 Tage im Jahr unterwegs Wenn ihr mal zu Hause seid, habt ihr privat auch Kontakt miteinander, oder? Nein, danke Danke Um Gottes Willen, bloß nicht Nein, nein, also es ist wirklich so, wir sind viel unterwegs zuhause, genießen wir die Zeit mit den Liebsten und der Familie und so weiter Aber wir sind hin und wieder tatsächlich zusammen im Urlaub Wirklich? Schön Und wir wissen das, auch mal Zeit zusammen zu verbringen Nicht jetzt beruflich zu tun hat, sondern auch mal, dass man sagt, man kann zusammen ein Glas Milch mit Honig trinken oder sowas Und man hat eine schöne Zeit zusammen Perfekt Also wenn ich tanze, dann immer aus dem Bauch heraus, gell? Mit viel Gefühl, aber ich habe keine Tanzmoves in mir Aber ihr habt immer die perfektesten Tanzmoves in euch Jetzt zeigt mir mal was Ich möchte was sehen Los, zeigt mir mal was Nein, ich will jetzt was lernen Achso Nein, also ich will jetzt von euch was lernen Du müsstest es lernen Nein, ihr müsst mir was zeigen An der Stelle kann ich übrigens gleich was einwerfen Wir haben, wenn du Rock Me lernen möchtest, den Schubladler, das zeigen wir dir jetzt gleich Aber für euch daheim, wir haben ein Tutorial gemacht auf YouTube Da könnt ihr alles nachsehen, ganz einfach Ich glaube, ich schaue mir das dann auch noch an Schau es dir das an Schau es dir das an Weil da kannst du es in deinem Tempo üben Was soll denn das jetzt? Achso Nächste Frage Ja, ich will jetzt den Tanzmoves sehen Du musst mitmachen Ja, jetzt fangst er mal an Also, rechtes Bein hoch Ja, ich kommentiere Linkes Knie hoch und zweimal drauf klatschen Dann linkes Bein hoch, linkes Bein rechts und dann noch hinten Rock Me Du musst auch ein bisschen lächeln dabei Also, vier Schritte zum Glück Ich schicke die Jungs jetzt auf die Bühne Weil mit mir wird das nichts mehr Ich wünsche euch ganz viel Spaß Vielen herzlichen Dank Tschüss, vielen Dank Tschau, Baba Dankeschön Prost, tschüss Ferti, tschau Woher du kindst Nimm mich in Ar Es weh der Wind Seid so alle freundlich zueinander Und so sind wir alle froh dass wir uns alle zusammen haben. Doch am Wetter, weil die Sommerszone los. Fetzer macht nur Spaß, wenn du das Fetzer auf dem Boot. Sterne siehst du nur, wenn du die Ausdruck hast bei mir. Scheiße, ich so macht es, was du brauchst.